Wow und er lebt noch. Warte mal, ich könnte so machen. Okay, das hat ihn jetzt nicht wirklich groß. Das war gemein. Finde ich jetzt nicht toll. So, warte mal, du brauchst mich nicht nochmal, du Geilchen. So, vor allem, ich hoffe, ich kriege den Gegenstand jetzt wieder, oder was er auch immer geraubt hat. Und vielleicht ein bisschen Gold sammeln, ja, sammeln wir mal, 77, gut. Ah, Einsiedlergras, oh, Goldwurz, äh, ja, ich glaube, sie hatte Goldwurzel, ne. Ich kann jetzt auch mal ein bisschen gebrauchen. So. Äh, sammeln, sammeln, ah, Schock-Immun, Gefrier-Immun, Wasser-Immun, Brenn-Immun, Widerstand, magischer Schaden, äh, sammeln mal. So, damit haben wir die Quest erledigt. Müssen wir nur gucken, äh, oh ja. Die Hexen-Doktor-Tralala, wir müssen da oben hin, unbedingt. Äh, der Tod wird zum Leben und das Leben zum Tod. Äh, was? Globaler-Effekt, während des Kampfes erscheinen untote Kreaturen. Na doll. Oh, da ist ein Bun. Ja, moin. Äh, Sunny, hast du Glück? Äh, 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 Glück plus 10 könnte man tun, ne. Äh, ausrüsten. Ähm, ja, Leben ist auch immer gut, ne. Aber es gibt kein Glück so, ne. Äh, äh, na gut, was soll's. Gucken wir mal. Glück 65, klingt doch mal. Nicht verkehrt, ich werbe mal eine Münze rein. Münze ver... Mau. Trinken. Erfolg. Äh, damit können wir maximal Gesundheit erhöhen. Fokus. Rüstung. Widerstand. Ausweichen. Hm. Das ist übrigens im Ausweichen ja... Beste. Ich bin für Gesundheit mal. Supi. So. Dann kannst du dich mal ausüben und meditieren. Meditieren, glaube ich, der ist schon ziemlich voll, ne. Mit 63 kann man jetzt nicht so meckern. So. Schnubidubidu. Wird vielleicht auch eine Runde meditieren. Und Kasuna ist eigentlich schon ziemlich gut. Äh. Äh. Dann kriegt auch noch einen Refokus, ne. Ja, damit kann man nicht gut weit. Mal können wir, äh. 61 Gold. Vielleicht kann ich das Kasuna geben. Und kann Kasuna mal kurz hinkaufen gehen. Neh, hier. Versuchen mal hinkaufen zu gehen. Hoppen. Oh, Gaul. Oh. Ausredizieren. Das ist doch nice. Gehen wir doch. Der brennende Wald. Chaos Scherbe. Und die Viecher von mir, ne. Man mag, ähm. Echsenflucht. Tanzen Nessel. Wow. Äh. Äh. Haben wir schon. Haben wir schon. Widerstand. Max. Intelligenz. Hm. Den wäre für Kasuna wieder gut. Nehmen wir. Äh. Warte mal. Kappe des Lehrlings. Magierhut. Widerstand erhöht. Max. Fokus ist gleich. Intelligenz höher. Gut. Dann haben wir das schon mal gekauft. Und dann kann die Kappe des Lehrlings, äh. Äh. Joa. Verkauft werden würde ich sagen. Warte. Wenn die muss. So. Anlegen. Verkaufen. Sonst was könnte. Sag mal. Guck mal. Plettino. Zu heiß ist. Ähm. Meine Kürbisschuhe hatten wir jetzt gesagt. Boah. Ja. Die haben wir schon. Was bringen die denn? Sechs. Noch nicht. Ich bin ein paar schöne Hausschuhe. Ja. Plus drei. Ja gut. Er hat Glück. Plus zehn bekommen. Ne. Und hatte kein Glück. Ähm. Gesundheit. Talent. Ängstigung. Oh. Gegen Geistesgut. Äh. Warte mal. Was hat sie gerade an? Eigentlich. Widerstand. Magie Schaden. Max. Fokus. Verwirrungsimmunität. Das ist so geil. Wird sie was Sand geben. Oder so. Ähm. Wie gehen die auch nicht. Ich glaube nicht. 10. Boah. Ist nix. Hab die mal gekauft. Ist schon gemein. gut. Wir lassen das machen. Ähm. Warte mal. Zwei. Drei. Vier. Zurück gehen. Und ne Runde meditieren. Zack. Vollfokus. Was. Das Chaos. Das Chaos. Verstärkt sich. Schon wieder? Alter. Wir gehen da noch drin unter. Oder so. Irgendwie. Ich finde das nicht gut. Ich finde das nicht gut. Ich finde das nicht gut. Komm mal. Kühles Wasser drauf. Ich finde das nicht gut. Oh mein. Ja. Kannst du dich ja mal vorstellen. Okay. Ähm. Nö. Nö. Nicht alle. Nö. 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 Gingen alle drei. Nö. Ich hab ja keine Motivator-Taste nehmen. Nö. So. Gut. So. Gehst du auch hinterher. Oh. Goldwurz gefunden. Warte mal. Ne. Was noch. Wow. Goldwurz. Ja. Okay. Geil. Und damit war es das mit dem Zelte. Aber egal. Mir sind relativ alle voll. Würde ich sagen. Das Zelt hat seinen Dienst getan. Level 6. Geil. 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 Sonst ohne ihn mit Kazuyam. Mit. hook. Mit den Zaminer versuchen. 77 Fokus. Na gut. Ich hab 87. Nee komm. Ich mach's mit Kazuyam. ja die verschwinde ich ja ich glaube die gegner werden auch immer besser ein bisschen okay gucken wir mal mit kazuya ich bin das hinterhalte ich bin jetzt einnehmen und dann so und ja dann haben wir den hinterhalt du da wird den magier erst mal versuchen auszuschalten ihn daran und ein grund schießt russ 31 jahre dann würdest du vielleicht auch mal ja mit um und weg ist natürlich also ja gut ich weiß gar nicht ob da ist das eine hinweisung jedoch auf die jetzt tut weh au 25 ok aua minus zwei fokus ich habe gar keinen fokus mehr in der rothenberg ausweichen springer ich habe auch keinen vogel doch sagen ich hatte noch fokus äh au ich finde das nicht nett oh mein Gott ist immer da her und ich glaube das war schützen au jetzt auch vorliegen oh 40 16 nochmal oben drauf hi sanny kleine maus bin ich zu laut hab ich die geweckt hm naja erst um 5 beziehungsweise was ich weiß nicht so wech ich noch meine frau wär nicht so toll wär gar nicht so toll wär gar nicht so toll wär na gut Rüstung ignorieren was hat der an Rüstung ja gut ein bisschen ja ich hohen aber haben. Na gut. 27. Dein Kollege hat sein Stäbchen bei dir abgelegt. Ich hab dir fest abgekossen. Mhm. So, warte, das hat man gesagt. Zusammen zahlen jetzt. Und das Chaos reduziert. Äh, ja moin. Wo kommt ihr denn jetzt her? Ihr Pitsflipen. Äh, und Tote. Finde ich jetzt nicht so toll. Und auch Dinge tun. Äh, warte mal, ihr seid relativ voll. Ich nehme mal so ein Kräutchen so. Mein Gott ist es bad. Oh Gott, das war jetzt auch nicht viel. War jetzt nicht viel. Weiß nicht, nee. Gut, einer raus, Nikolaus. Ähm. Oh, warte mal. Neun. Na, das ist ja... Gut, dass sie nicht unbedingt noch Waffen haben. Na, wär gut, wenn du auch auf den gehst. Hui, wieder weggeflogen ist, oder? Nice, er da ist auch. Ah, 25. Sieht ja schon wesentlich besser aus. Ich bin... Glück gehabt. Au. Okay, das ist jetzt der Effekt von der... Dame da oben, ne? Oh, da breitet sich Chaos aus. Nicht so toll. So wär's noch am dransten. Äh, Snoopy. Nubidubidu. Äh, hier noch mit rufen. Und noch eins weiter. Nur eins. Nein. Ich habe eins. Okay. Wir haben hier ein Kreuzchen gefunden. Schön. So, und dann kannst du ja... Nubidubidubidu. Nubidubidu. Okay. Wow. Machen wir ja, glaube ich, einen Ententanz oder so. Refocus. Okay, dann zeige ich die da hin. Ausruhen. Oh, geil. Warte mal. Nee, nee. Das ist doof. Kann ich jetzt... Warte mal. Kampf. Kampf. 20 Prozent. Mom. Ausruhen. 20. Elf. Das ist... Ja, gut. Hat ihm auch geholfen. Warte mal, komm mal an. Na. Da kommen wir an. Auch schon mehr so ein Frostvieh. Nehmen wir einmalig so ein bisschen auf dich auf, ne. Autsch. Na gut, ist nur einer, Gott sei Dank. Oh, wir sind nur zu zweit. Jöst. Ausge inferior und immun. Autsch. Untertitelung des ZDF, 2020